Jack Reacher sah den Kerl durch die Tür hereinkommen. Tatsächlich gab es dort gar keine Tür. Der Kerl trat einfach durch den Teil der Fassade, der nicht da war. Von der Bar aus gelangte man direkt auf den Gehsteig. Dort draußen standen Tische und Stühle unter einem vertrockneten Rankengewächs, das eine Art nominellen Schatten lieferte. Das Ganze war ein Innen-Außenraum, durch den eine nicht existierende Wand verlief. Reacher vermutete, dass es ein Scherengitter oder dergleichen geben musste, mit dem die Öffnung verschlossen werden konnte, wenn die Bar zumachte. Falls sie jemals schloss. Reacher hatte sie jedenfalls nie geschlossen erlebt, obwohl er sie zu ziemlich extremen Zeiten aufsuchte. Der Kerl stand ungefähr einen Meter weit im Inneren des dunklen Raums und wartete blinzelnd darauf, dass seine Augen sich nach dem blendenden Licht der Sonne von Key West ans Dunkel gewöhnten. Es war Juni, Punkt 4 Uhr nachmittags im südlichsten Winkel der Vereinigten Staaten, weit südlicher als der größte Teil der Bahamas. Eine grellweiße Sonne und sengende Hitze. Reacher saß an seinem Tisch im Hintergrund, trank mit kleinen Schlucken Mineralwasser aus einer Plastikflasche und wartete. Der Kerl sah sich um. Die Bar war ein niedriger Raum aus verwitterten, dunkelbraunen Holzbohlen. Sie sahen aus, als stammten sie von alten, abgewrackten Segelschiffen. An den Wänden hing allerlei nautischer Trödel. Es gab alte Sachen aus Messing und grüne Glaskugeln. Große Stücke alter Netze. Fischnetze, vermutete Reacher, obwohl er in seinem ganzen Leben noch nie einen Fisch gefangen hatte oder auf einem Boot gesegelt war. Überlagert wurde alles von 10.000 Visitenkarten, die mit Reißzwecken befestigt, jeden freien Quadratzentimeter der Wände und sogar des Plafonds bedeckten. Manche von ihnen waren neu, manche waren alt und wellig. Erinnerungen an Unternehmen, die schon vor Jahrzehnten Pleite gemacht hatten. Der Kerl trat weiter ins Dunkel hinein und hielt auf die Theke zu. Er war alt, ungefähr 60, mittelgroß, stämmig. Ein Arzt hätte ihn übergewichtig genannt, aber Reacher sah nur einen fitten Mann, der den Zenit seiner Leistungsfähigkeit überschritten und schon eine gewisse Strecke hügelabwärts zurückgelegt hatte. Ein Mann, der den Lauf der Zeit würdevoll hinnahm, ohne großes Theater darum zu machen. Gekleidet war er wie ein Großstädter aus dem Norden, der überraschend in eine heiße Gegend reisen musste. Hellgraue Hose, oben weit, unten eng, zerknittertes, beiges Sakko, weißes Oberhemd mit weit offenem Kragen, der an seiner Kehle bläulich-weiße Haut sehen ließ, schwarze Socken, Stadtschuhe. New York oder Chicago, vermutete Reacher. Vielleicht auch Boston, verbrachte seine Sommer überwiegend in klimatisierten Gebäuden oder Autos. Hatte diese Hose und dieses Sakko irgendwo hinten in seinem Kleiderschrank vergraben, seit er sie vor 20 Jahren gekauft hatte, holte sie gelegentlich hervor und verwendete sie zweckdienlich. Sein wahres Gesicht ist der dritte Band der Serie Check Reacher. Es stammt aus der Feder von Liedschild. Geschrieben hat er das Buch bereits 1999 und nun erscheint der Spionazer-Thriller auch als Hörbuch. Es liest Michael Schwarzmeier, für mich einer der besten Hörbuchsprecher. Man erfährt nicht allzu viel in der Hörprobe. Ein Mann betritt eine Bar und Jack Reacher betrachtet ihn, versucht zu ergründen, woher er kommt und wer er sein könnte. Schauen wir auf den Klappentext. Jack Reachers ehemaliger Vorgesetzter Leon Garber ist gestorben. Er findet heraus, dass Garber unter dem Namen seiner Tochter nach ihm suchen ließ. Auch Jodie, eine clevere Anwältin, hat keine Idee, weshalb. Erst eine unangenehme Begegnung mit den Killern und verstümmelten Leichen bringt die beiden auf eine heisse Spur und ins Fadenkreuz der Mörder. Das Hörbuch hat eine Laufzeit von 16 Stunden und 23 Minuten und erschien am 2.3.2020. Kennt ihr die Serie Jack Reacher und könnt ihr sie empfehlen? Das würde mich interessieren. Hier rechts könnt ihr euch eine weitere Hörprobe anhören. Viel Spass damit!